hallo und herzlich willkommen bei einer neuen aufnahmesession von opa spielt so jetzt werde ich erst mal die musik so ist die jetzt wieder so laut ist sie gar nicht machen noch mal ein bisschen so ist okay so ist laut genug alles klar werbe lautstärke okay sound lautstärke voll grafik user interface das wenn wir mal an bestätigen dass hier so okay wir haben jetzt also eine neue aufnahmesession hier herzlich willkommen und was haben wir letztes mal genau gemacht wir haben in den letzten aufnahmesession ich glaube ich gehe mal etwas raus hier na gut okay die in game musik ist halt immer noch zu laut also müsste sagen ob es zu laut oder nicht bei mir geht es hier gerade okay wir haben beim letzten mal haben wir ein bisschen gejagt und zwar bergelt und tripudion und da rechts irgendwo kauda tergus und dann waren wir zu unserem herrn jägermeister gegangen da ist er noch was ist denn mit dem arme typen hier los titus the peace frog dog freelancer ja ich bin auch ein freelancer und auch er läuft in unterhose herum ja und warum das habe ich inzwischen auch herausgefunden ich gehe noch mal in unser inventar auf die klamotten so wir haben hier natürlich unsere schönen standard strampel anzug für neue kolonisten ja für neuankömmliche wenn wir uns da mal das hier anschauen dieses ist sind die standard pullover die alle neuankömmliche auf kalypso vom federal empire der erde erhalten wenn sie die reise in das entropia universe antreten so dann können wir hier mal gucken wie der zustand ist dieses teil ist ein ped wert ja ein entropia dollar und es ist jetzt nichts mehr wert weil es nämlich völlig zerschlissen ist und es ist so kaputt dass ich es noch nicht mal anziehen kann deswegen laufe ich ja auch in unterhosen rum na gut die sind immerhin gewaschen man stelle sich vor es würde braun oder gelb aufsehen so geht das ja noch die temperatur und hier sind ja auch erträglich so das zweite problem dass wir letztens hatten das war wirklich ein fehler vom spiel wir hatten ja hier solomit eucalypto solomit kiwio bekommen und dann jetzt vor der letzten aufgabe ein rookie laser amplifier da schauen wir uns mal an was das ist das ding ist also 100 prozent einsatzfähig ist zwar nichts wert aber man kann damit was machen und diese beschreibungen sind natürlich häufig in englisch gehalten dieser amplifier erhöht also die wirksamkeit des gewirrs und wir haben letztes mal das ding hier aufgezogen auf das gerät und dann blieb es bei diesem vorhäng schloss stehen und jetzt hat er das gerafft hier das war nämlich dann wirklich ein programm fehler und jetzt können wir die nächste aufgabe ich wollte ja eigentlich dann zum bergbau gehen aber wir machen das hier erstmal zu ende wo ist unser quest mission log wir müssen also zehn kritas kritas sind halt irgendwelche viehzeugs nicht mehr so nach namen was haben wir denn komplettiert wir haben den teleporter gefunden wir sind gestorben wir haben zwei bergert gejagt vier trikulios und sechs kauter tergus und jetzt haben wir noch das jagen verstanden und jetzt können wir dann daran gehen zehn critas zu jagen ok dann wollen wir mal ich glaube wir werden mal wieder diese klauen bewährten bergert uns vornehmen die stehen ja so auf einem haufen herum hier so gehen wir mal wieder in die richtige position ja der macht schon ein bisschen mehr schaden man sieht wie das bergert relativ zügig da schießt doch noch jemand so was haben wir bekommen muskelöl okay da wird doch noch mehr geballert hier ach da hinten da ist noch jemand urania freya versucht sich auch an diesen berry kilt und wir müssen zehn davon legen so jetzt machen wir das ein bisschen auf die anfängerart und weise hier animal oil und muskelöl mal sehen ist das jetzt alles schon wir haben zwei schon geschafft ok crit das scheint der slang hier zu sein das ist der slang hier für monster jeder art hallo so das haben wir wieder öl na gut wir haben immerhin einen kleinen erfolg auch wenn dieses öl wie gesagt nix wert ist ich mache mir mal lautsprecher etwas leiser hier wie ich ja jaul doch zum blotter bahn so ja würde ich ja auch ich würde ja auch jaulen wenn ich beschossen wird immer nur ein animal oil residue also das ist noch nicht mal richtiges animal oil sondern nur das was da übrig bleibt so was haben wir noch das war halt mal stehen so ich habe eine courage verbessert das lese ich gerade so ah 2 orte wie viel habe ich denn überhaupt war ein bisschen zeus hier 15 schauen wir mal wie viel wert ist denn das das kann in der produktion wieder verwendet werden das ist sehr schön und es ist eigentlich nichts wert doch 15 Cent ok und dieses ist schon ein bisschen mehr wert da ist so ein kleiner kanister den ich jetzt auch wie all das andere zeug was ich hier gefunden habe das ist überhaupt nichts wert und dieser die ist auch nichts nicht mehr wert all das trage ich unter meiner unterwäsche versteckt am körper ich habe ja weiter nichts an so da haben wir wieder einmal öl ok wir gewinnen wir bekommen also jedes mal irgendeinen Loot auch wenn es nur wirklich etwas ganz winziges ist ja im Moment schieße ich noch wie ein Anfänger nämlich immer mit der Maustaste drauf das geht nachher noch wesentlich schöner da müssen wir dann mal extra folgen machen um das ach das ist eine Frau mit dem schönen Namen Cybermiker 1 Cybermiker Cybermiker 2 sehr kompliziert zu merken das wäre das wäre das wäre das wäre das wäre wie habe ich mich jetzt genannt ah dünne Wolle wunderbar wie viel ist denn das wert das ist immerhin schon ein bisschen mehr wert auch wenn es eigentlich auch nichts wert ist ne so dann schauen wir nochmal in unser Questmischblock oh ich hab's ich hab's geschafft hier ein grüner Haken na dann werden wir doch gleich mal zurücklaufen und diese Mission abgeben und dann schauen wir mal was Herr Jägermeister sonst noch für uns hat hier hier